Hi und herzlich willkommen zum Trailer der ByteBuddies. Dies ist nur ein kleiner Ausschnitt einer Folge und schickt gerne Clips in unserem Discord. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Und vergesst nichts zu liken. Fangen wir doch mal mit diesem Kerl hier an. Er nennt sich Schwale und ist ein Fuchs. Schwale ist immer sehr lust und verpeilt. Zudem behauptet er, er sei ein Bad Boy. Die echten wahren Bad Boys sind hier. Darf ich euch vorstellen, wo war und Basti? Da kann Schwale sich aber richtig warm anziehen. Ach ja, stimmt. Tami gibt es ja auch noch. Ich denke die ganze Zeit, was machst du denn? Weil ich hör das ja gar nicht. By the way, Basti geile Song. 1 zu 0 gegen die Losties. Autsch, das ist peinlich. Basti. Untertitelung. BR 2018